Die Baufiguren aus dem Lego Brickherz Doppelpack Steve M.P. Creeper bieten riesigen Bauspaß. Benutze die farbenfrohen Lego-Steine, um die 3D-Optik und die legendären Details aus dem erfolgreichen Minecraft-Spiel nachzubilden. Steve hat auch ein abnehmbares Diamantschwert, um den Creeper zu verscheuchen, und eine Spitzhacke, um nach Erz zu graben. Beide stehen auf baubaren Sammlerstellplatten und machen überall eine tolle Figur, zum Beispiel in deinem Zimmer oder Büro. Der Lego Brickherz Doppelpack Steve & Creeper enthält zwei Baufiguren mit aufgedruckten Augen und authentischen Details aus dem super erfolgreichen Minecraft-Spiel. Hierzu zählen auch eine Spitzhacke und ein abnehmbares Diamantschwert. Bis zum nächsten Mal.